Das Team ist wirklich sehr schön, ja. Roxas erster freier Tag nach 118 Tagen. Roxas war die tägliche Missionserfüllung gewohnt, oder eher gewöhnt, und wanderte daher ziel- und rastlos durchs Schloss. Er traf Axel und Gion und fragte die beiden, wie sie freie Tage verbrachten. Doch da ihm ihre Antworten keine Erkenntnisse brachten, entschied er sich zum üblichen Ort zu gehen. Cyber, vielen Dank für deinen Sub hier bei unserer Kingdom Hearts Movie Night. Dankeschön. Ich wusste, dass du hier wärst. Axel! Du schlugst wie ein Log. Are the kids here on summer vacation already? Nah, can't be. It's much too early. Summer vacation? What's that? It's a dream come true, that's what. Where they get a whole month off. A month off? I wouldn't know what to do with that much time. I can't even figure out how to fill a day. You'd be surprised. They give you plenty of homework, and of course, you have to play with your friends every day. Trust me, it's over before you can blink. That's right. I could deal with seven days, maybe. Most kids spend the time just goofing off with their friends. They save the homework till the end, and then help each other finish it. That sounds fun, I guess. Hanging around with friends is fun. I'd forgotten all that since becoming a nobody, I guess. So, how did you spend your day? Hey, guys, how did I know you'd be here? Where did you go, Shion? I didn't go anywhere. What about you two? Did you guys go somewhere without me? Axel says he was asleep all day. What? What's that about? You wasted a day off? Unlike you two, Lazy Bones, I work hard. So I'm tired, okay? Unlike me and Roxas, maybe you're just out of shape. Oh, Shion's way out. Tomorrow, it's back to work. Yeah. Hope we get another vacation soon. Oh, yeah. I might not see you guys again for a while. Huh? They're sending me out on recon for a few days. Where? Can't tell. What's up with that? It's a secret mission. But I thought we were friends. Hey, I'm not about to tell you all my dark secrets. Got it memorized? Dark secrets? Haha, I'm kidding. I just gotta keep my mouth shut about it or else Saix will get on my case. You know how he can get. Yeah. Try not to bungle everything while I'm gone, huh? Now, why would we do that? Well, considering your track record, I just can't count on you guys. Hey! We can handle things just fine. That's right. Just you watch. Haha. Also die drei sind schon echt Zucker, oder? Haha. Haha. What took you so long? It's my vacation. I can take all the time I want. Since when do I have to check in with you? You're letting yourself get too attached to them. Yeah, yeah. Whatever you say. You know. You've changed. Tag 119. Die Arbeit wartet. Ihr Wichtiges kann dir zum Verhängnis werden. Roxxas beriet sich mit Chion über das, was Xaldin während einer Mission zu ihm gesagt hatte. Doch die beiden konnten den Sinn ihrer Worte nicht verstehen. Also setzte Roxxas seine täglichen Missionen fort. In der Zwischenzeit führte Axel eine streng geheime Mission aus. Uh. Und zack kommt der Switch. Drei Wochen fast vergangen. Ne, es sind sogar über drei, oder? Nicht ganz. Ungleiche Seelen. Tag 149. Hey, Roxxas. Axel. You're back. Yep. I just got home. So, are you holding up? Yeah. Where's she on? She's not here yet. Hmm. Ah, was ist da los? Was zum... Hat die Nummer 1 gerade Chion versucht zu töten? I'm not a sham. Okay, und am Tag 150 hat man dann plötzlich Angst. Und am Tag 150 hat man dann plötzlich Angst. Das war nicht die Nummer 1. Just give me another Chance. Oder doch? Keine Ahnung. We can't afford to take any more chances on you. You were a mistake we never should have made. Xion? Hmm. Where's Xion? Where's Xion? Haven't seen her today. Oh, well. Axel. Hmm? Is there anything you couldn't bear to lose? Anything I couldn't bear to lose? What's that about? Well, I met someone today who had something like that. This thing was so important to him, he couldn't bear to lose it, and Xaldin said that was his weakness. Why don't I have anything like that? It's because you don't have a heart. I guess. But Demix doesn't have a heart. And I bet he'd get upset if he took his sitar away. Huh. I think you have a point there. So you don't need a heart to have something that you can't bear to lose, then. If that's true, then I guess the closest thing that we nobodies have would be memories of our past. It's the memories that create the things that we don't want to lose. Memories of the past? I don't remember my past. Even though you might not remember the past, I'm sure you have things you don't want to lose. Like what? You've got memories since you joined us, right? I don't know. I do. Don't I? I couldn't bear to lose my memories of you or Xion. So then you really do have something that you can't bear to lose, right? Every one of us. Including us nobodies. We all have something that we want to hang on to. It's scary. You can't be scared without a heart. If my friends... If you or Xion were to disappear... It's... It's scary to think of what it would be like without you guys. Scared is not an emotion that can exist inside us. Well, I am scared right now for sure. Maybe it's just that you remember what it's like to be scared, you know? Somewhere deep inside your memories. I don't know. Tarka 151 Krise Roxas und Xion wurden zufällig für denselben Posten eingeteilt. Xion hatte bei ihrer Mission einen Hochstapler zu beseitigen. Versagt und war von Sykes getadelt worden, worauf sie sehr niedergeschlagen war. Doch Xion ließ sich Roxas gegenüber, der keine passenden Worte für sie fand, nichts anmerken. Roxas schlug daraufhin vor, gemeinsam Missionen auszuführen. Ich verstehe, bitte. Ich verstehe, wie ein Eis kann's. Ich verstehe, wie ein Axel ist. Ich verstehe, wie wir die Arbeit gemacht haben, was wir jetzt noch zu fast, habe ich noch einen Moment gemacht. Aber dieserage ist einfach, Und die Arbeit verspüren, Wer ist der Typ? Du bist ein Gesicht. Wer bist du wirklich? Und warum hast du eine Keyblade? Ich erzähl mir erst, warum du als einer von uns bist. Für mich sicher, dass mein Lieber Freund in der Ruhe ist. Ich weiß nicht, wer du sein soll. Aber du kannst nicht gegen Feuer mit Sparks kämpfen. Diese Keyblade ist ein Scham. Wer ist mit uns. Meine Keyblade ist nicht ein Scham. Was gibt dir das Recht? Findet eine neue Leute. Trust mir, die Leute sind schlecht. Also, alle werfen sich vor, dass sie gegenseitig eine Fälschung sind. Ah, ich glaube, mir geht ein Licht auf. Jetzt rastet die auch noch. Geh auch noch. Aber was brauchen wir für die Herz? Ich weiß nicht. Aber ich denke, dass wenn wir die Herz haben, wir wahrscheinlich nicht mehr denken, warum wir alles tun haben. Oder wenn wir die Herz brauchen. Ich bin nicht sicher. Ich habe nur gedacht, dass ich hier wusste, was ich hier mache. Ich habe angefangen, zu haben, die verrückte Trämmen. Wie ein Schmerz? Ich kann niemals vergessen, was sie sind. Ich bin einfach... Ich warte, Angst zu sein. Siegbar hat gesagt, dass du und ich ziemlich speziell waren. Er hat gesagt, dass du sehr speziell bist. Spezial? Ist das nur eine andere Art von sagen, dass ich ein Fehler bin? Du bist nicht ein Fehler. Das ist mir eindeutig zu viel Drama hier. Herkunde 52 Die falschen Schalter? Roxxas dachte über die trübselige Shion nach. Axel fragte Roxxas, ob alles in Ordnung sei und meinte daraufhin zu ihm, Mädchen seien kompliziert und es gäbe da gewisse Schalter, den man besser nicht umlegen sollte. Roxxas machte sich Sorgen, ob er nicht einen falschen Schalter bei Shion umgelegt haben könnte, doch Axel versicherte ihm, mit Shion sei alles in bester Ordnung. Tage ohne aneinander Tag 153 Ohaja Roxxas und Demix sahen, wie Phil Herkules ein gnadenloses Training absolvieren ließ. Je höher die Erwartungen an jemanden, desto strenger das Training, so Phil. Roxxas fragte sich daraufhin, ob die Organisation ihm deshalb so schwierige Missionen auftrug, weil sie hohe Erwartungen an ihn setzte. Doch Roxxas verstand nicht wirklich, was er mit Erwartungen eigentlich auf sich hatte. Seitdem Roxxas und Shion sich auf diese merkwürdige Weise verabschiedet hatten, aß Roxxas sein Eis nach erfüllten Missionen stets allein. It's Batman Sprung zu Tag 171 Die Liebe Oh Da sind wir plötzlich schon in Hollow Bashen Bevor Roxxas zum Schloss zurückkehrte, sah er das verletzte Biest, das für das gekämpft hatte, was ihm wichtig war. Und Belle dies pflegte. Zwischen den beiden herrschte Liebe, doch Xaldin hatte die Liebe als wertlos abgetan. Roxxas fragte, über welche Kraft sie verfüge, doch Xaldin erwiderte nur einem niemand ohne Herz die Liebe erklären zu wollen. Am üblichen Ort fragte Roxxas Axel, was es mit der Liebe auf sich hatte, doch er erhielt keine Antwort. Vielleicht würde er ja Antworten erhalten, wenn Kingdom Hearts vollständig wäre und er sein Herz erhalten hätte. Während er die Abendsonne betrachtete, machte sich Roxxas darüber so seine Gedanken. Der Klang der Wellen Bevor sich Roxxas zu einer gemeinsamen Mission mit Luxor aufmachte, erfuhr er, dass Xion erneut bei einer Mission versagt hatte und in einen Tiefschlaf gefallen war. Roxxas hörte nicht auf Xions Worte, sich um eine Versagerung wie Xion zu sorgen und suchte ihr Zimmer auf. Xion Hey, das war nicht gebeten. Ich habe dir gesagt, dass ich das nicht verstanden habe. Und ich sage dir, dass ich das Problem wissen muss, was mit Xion ist. Wenn es etwas passiert ist, dann einfach mit mir mit mir, bitte? Das bedeutet, dass du immer ehrlich bist mit mir mit mir? Ach, du hast mich da, glaube ich. Xion hat kein Recht zu sein, zu sein. Was bedeutet das? Es ist blöd zu sehen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Also man könnte sagen, irgendwas stimmt da nicht und deswegen kommen wir auch zum Tag der Lügen. Axel informierte Roxxas darüber, was Seix über Xion gesagt hatte. Er sagte, Seix würde Xion keine Versagerin mehr nennen, wenn sie sich in Zukunft besser anstellen sollte. Doch das hatte Axel sich bloß ausgedacht, um Roxxas ein wenig aufzuheitern. Erkunden 74. Aktion und Reaktion. Göttlich Halloween Town. Beurts Angst und Schrecken spielten Roxxas bei seiner Mission einen Streich. Sie verkündeten, dass andere Streiche zu spielen oder sie zu erschrecken schrecklichen Spaß mache. Doch Roxxas konnte ihnen nicht ganz folgen. Roxxas erfüllte weiterhin seine Missionen und arbeitete dabei auch an Xions Anteil. Und wieder in Zwei-Wochen-Sprung. Xion erwacht. Aktion. Uff! Zwei-Wochen! 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 Oh, Morgen. Du wirst so schnell, dass du mich gerade erschöpstst. S-S-Sorri. Oh. Did du... bring me diese Seashells? Do you hear it? Yeah. The sound of the waves. How long was I asleep? About 20 days. That long? Yeah. You were sleeping so much that me and Axel were getting worried. I'm sorry about that. Kind of weird that we can feel anything at all. Without having hearts to feel with. Uh. Hey, Roxas. Don't you have work today? Huh? Oh, uh. I'm about to head out. I'd like to tag along. But don't you need some more rest? I'll be fine. Come on. Take me with you. I'll be fine. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. What the fuck, man? Ja, zu doof, dass wir nicht kämpfen, wa? Ja. Du hast verändert. Was passiert in Castle Oblivion? Das ist nicht das für dich. Du bist Angst, Axel? Natürlich. Du bist einfach nicht so, wie du. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich meine... Du möchtest, dass Dinge kompliziert werden. Du weißt, Roxas? Each day, die drei von uns treffen uns da für Eis-Cream. Warum glaubst du das? Ich meine, wenn du denkst, ich muss nicht aus meiner Weg zu treffen, zu treffen euch, richtig? Ich weiß nicht. Du willst mir erzählen, warum? Es ist, weil ihr meine besten Freunde sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind die besten Freunde. Oh, ja. Ich glaube, wir sind. Wir sind. Wir sind. Sweet. Are you feeling better? I just got a little dizzy, that's all. Sorry to worry you guys. Don't scare us like that anymore. Mhm. Just take it easy today. I will. Thanks, both of you. Ah. Sie zeichnet bei Shion keine Augen. Clever. Tag 194. Wie es sein sollte. Haha. Naseweiß. Während einer Mission besuchten Roxas und Axel die Welt, in der Roxas zuvor schon einmal geflogen war. Roxas traf auf Naseweiß und bat sie, ihn mit etwas fehlend Glanz zu bestreuen, damit er wieder etwas fliegen könnte. Kurz darauf begann Roxas auch schon zu schweben, doch Axels Füße blieben beide fest auf dem Boden. Roxas sagte zu Axel, er solle ihm vertrauen und dass er auch fliegen könne, wenn er nur daran glauben würde. Also vertraute Axel auf Roxas Worte und begann nur kurz darauf ebenfalls zu schweben. Und so flogen die beiden gemeinsam los, um ihre Mission zu erfüllen. Roxas verbrachte seine Tage, damit Missionen zu erfüllen. Ja, wie immer. Oh wow, und ein Riesensprung von mehreren Wochen zu Tag 224 Anomalie. Ja. 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 sie von sie anreden hey axel you've been to castle oblivion right what is it like what's it like just an organization research facility for research huh seems everyone gets sent there all the time especially you although they never send me a rock sis well they probably just don't need you there I'm I'm heading back huh maybe you're not completely well yet no it's nothing like that got it huh got what on our next day off let's all go to the beach huh the beach where did that idea come from we should go someplace different for a change you're talking about a vacation with friends exactly I'll join you if I can what are you talking about chill it'll be a blast trust me yes all right let's go still an tag 200 25 ist nichts als stille john zog deprimiert von dannen ohne ihr eis zu essen roxas fragte axel ob mit ihr alles in ordnung seid doch er hielt nur eine teilnahmlose antwort roxas fragte sich ob schions laune wohl sich verbessern würde wenn sie zu dritt zum strand gehen würden so wie sie es es sich neulich erst versprochen hatten shion fand die informationen die sext über das schloss des entfallens eingegeben hatte so okay und wir springen zum intro der längste tag 255 so